Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Wo gerade unser Creeper, so ein fettiger Creeper, alles weggesprengt hat. Hier alles kaputt. AAAAAAAA! Das gibt es doch nicht! Was ist denn da oben los? Creeper-Party oder was? Ich muss da unbedingt mal was hinbauen, damit da keine Zeit... Ey, hallo! Übertreib doch! Ey, WTF! Ja, genau! Ey, explodiert bloß nicht. Nein! Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Nein! Oh, Mann! Das ist viel schwerer, hier so Creepern auszuweichen. Wenigstens hat er keinen Ofen weggesprengt. Oh, guck dir schon mal an, was der alles kaputt gebämmt hat. Ey! Fuck! Ich muss warten, bis da Tag ist und dann mal unbedingt Fackeln platzieren. Obwohl, wer besser nicht jetzt direkt Fackeln platzieren wird. Ah, ist doch unnormal, wie viele Creeper da jetzt waren. Hallo? Okay! Okay! So! Schnell alles ausgeleuchtet! Höpa! So, hier dürfte jetzt eigentlich mal nichts mehr spawnen. Hoffentlich! Auf dem Dach noch schnell was. So! Habe ich schon nichts mehr. Oh, guckt euch mal an, der hat alles kaputt gemacht! Einfach so alles Frick! Aber ich tue jetzt trotzdem erstmal lieber meine Diamanten uns weg. Boah, ist das laut! Ich hätte vielleicht einfach mal dazu bauen sollen anstatt... Oh, mein armer Hund ist tot! Kann man denen nicht irgendwie Fleisch geben, damit der sich... Ja, ist ja gut! Holz, Holz, Holz... Bodenschätze da! Yay! Jetzt haben wir fünf Diamanten! Äh, Eisen haben wir auch noch ein bisschen. Jetzt tue ich erstmal hier die ganzen Clean Stones bzw. Steine mit. Da ist auch noch was. Ja, ist gut, Hundi! Ist gut! Nochmal! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Und... Ja, ist gut! Gimmelhund! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Nein! Und die restlichen... 2, 3, 4, 5, 6, 7! So, hier kommt dann noch Eisen rein. 1, 2, 3, 4 oder so eine Art, keine Ahnung. Äh, da kommt Gold. Oder habe ich hier noch was? Oh, da sind auch noch Steine. Wow! Okay. Ah, da ist noch Eisen. Okay. Dann tue ich das mal hier rein mit. Auch Vollgasatz. Ah, Eisen. Boah, voll viel. Äh... So. Da ist gar nichts. Da ist auch mal so gar nichts. So, dann heize ich mal die Öfen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ich habe gleich wieder keine Kohle mehr. Äh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Boah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ich hoffe, da gleich kein Creeper um die Ecke kommt. Und Kabumm macht! Haha! Auch da ist gar nichts. Äh... 1, 2, 3, 4! Anstrengungen, Farbenwolle, da. Labistazuli wegpacken. Stein, 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 da. Hier Gravel rein. Oder ist das da oben drin? Oh, das ist da drin. Okay. Okay. Aber es sollte vielleicht... Das lieber da unten hin tun. So, Feuer, Stein, obwohl da könnte ich mal direkt ein Feuerzeug mitbauen. Denn das brauche ich ja für das Höllenportal, wie bekannt ist. Darum ist jetzt nichts mehr drin, ne? Nö. Gut. So, wie geht denn nochmal so ein kommiges... Feuerzeug? Ich glaube, dafür brauche ich hier für eins. Ups, das war irgendwie dumm. Kann ich dann jetzt sogar auch so machen. Achso, stimmt. Ah, okay, geht echt so. Gut, dann haben wir ein Feuerzeug. Bring ich mal... Bodenschätze weg. Obwohl, ne doch, ne? Ich baue mir jetzt erstmal eine Rüstung. Rüstung. Ne, erstmal gucken, was ich überhaupt habe. Äh, okay, ich sollte vielleicht alles bauen. Da ich leicht demoliert aussehe. Ein Helm, ein Tile, ein Dart und ein Dart. So. Jetzt ziehe ich da mal an. Die Hose. Und der Helm. Die anderen zwei Sachen tue ich mal bei Ausrüstung rein. Da ich die momentan ja nicht so gut gebrauchen kann. Noch nicht. Feuerzeug lasse ich auch erstmal da. Ähm, Spezial. Threadstone. So. Wie ihr wollt, kann ich euch ja auch mal kurz die ganzen Dinger da zeigen. Glas, Sand, Star Trek und so weiter. Das Spezial. Da ist das Höllenkran auf Sibien. Pflanzen. Mob, Drop. Nahrung, Wolle, Bodenschätze, Ausrüstung. Da kommt alles, was das Holz ist hin. Da kommt alles, was das Stein ist hin. Und ihr könnt mir ja noch Vorschläge für hier die zwei Dinger schreiben, weil ich da irgendwie keine Ahnung habe, was ich da machen soll. Ähm, äh, ja, ich könnte eigentlich mal anfangen, das jetzt richtig aus Stein zu bauen. Hab ja genug jetzt. Wieder. Da bauen wir weiter. Fail. Oh, der Hund nervt mich schon leicht, muss ich sagen. Aber nur leicht. Eigentlich schon voll extrem, aber egal. Oh, alles kaputt, ey. Spacko. Wie kann man so viele Sachen kaputt machen, ey? Keine Hobbys. Doch, genau das ist nämlich dem sein Hobby. Hier auch alles im Arsch. Hab ich noch Holz. Wahrscheinlich Schnitt, ne? Oh doch, cool. Ich hab auch mal ein bisschen so Holz gelassen, weil man kann es ja immer brauchen. Ich hab das nämlich hier für die Teile auch benutzt, weil das besser aussieht. Das nicht verarbeitete Holz. Auch wenn er ein bisschen dumm ist, dann hast du ein Baumstamm im Zimmer stehen. Ja, ey. Wie kann eigentlich so laut regnen? Das ist voll normal. Wenn echt regnet, ist auch nicht so laut. Ah, alles kaputt gewesen. Gibt es nicht. Vor allem, wie haben die hier oben das alles kaputt gemacht? Der ist doch nicht gesprungen oder so. Okay, das krieg ich definitiv von hier nicht hin. Oh, ne. Sogar hier hochbauen. Ähm. So. Boah, das hat ja alles kaputt gemacht. Ganze Holz gesplattert. Fuck, ich hab keins mehr. Hoffentlich spawnt hier nichts mehr. Ich glaub ich bauen mir noch ein paar Fackeln. Boah, endlich hat aufgehört zu regnen. Jetzt versteht man mich mal eventuell auch wieder. Hier. Der Regen ist schon übertrieben laut. Das ist leicht dumm. Warte mal, irgendwas war da fertig, oder? Boah, so viel Eisen. Aber das Gold ist fertig. Oh, fuck. Gold hat gerade angefangen. Hübsi. Dann baue ich mir kurz ein paar Fackeln. Ich brauche wieder Holz. soo... Am besten 23 Sticks. Ahhh... Er geht nicht genau hin. Warum hab ich denn grad geschlossen? Bu, 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 bu. Es ist auch blöd, oder man zum Knopf drücken kann, dass da auf einmal alles ist. Schnell bei Holz. Hier sieht man übrigens auch, hab ich noch ein paar Treppen. Ah, okay... Alles gut. Und ich habe viel zu viele Zäune. Ich kann mal ahnen, warum ich so viele Zäune habe. Das ist schon relativ dumm. Wir gucken, ob die Treppen hingehen. Ich glaube aber nicht. 1, 2, 3. Nö, natürlich nicht. 7, 8, 9. Konnte ich das auch denken? Äh, Axt. Achso. Okay, dann baue ich halt eben noch 6 Treppen. Waren da Fackeln? Ja, da waren Fackeln. Fackeln. Aber wo? Aber wo? Keine Ahnung, so sieht es gut aus. Ey. So. Hä, ich habe gar nichts gedrückt. Oh, ich bin mit dem Controller gegen den Tisch geklatscht. Ich baue auch gerade hier einfach mal so alles. Durcheinander. Oh, mein armer Hund. Er ist traurig, er weint. Ähm, soll ich hier vielleicht noch so glasnöde? Das ist ein komplett abgeschlossener Raum, weil da meine ganzen wertvollen Sachen drin sind. Und da kommt irgendwie ein Clothstone in die Decke. Da das sonst viel zu dunkel ist. Ich meine, guckt euch das mal an, das sieht aus wie so ein Horror-Gemmelraum. Oder das, hässlich. Müsste ich vielleicht zubauen. Ja, das sollte ich tun. Das sollte ich definitiv tun. Das mache ich jetzt auch direkt. Ey. Okay. Wenn ich funktioniert. Okay, geht das hin? Ja. Es geht hin. Noch schnell hier runter. Was man alles so sinnvolles machen kann in Minecraft. Einfach mal so Decken bauen. Anderer random Scheiß. Ja gut, das sieht jetzt auch nicht so natürlich viel besser aus. Ich glaube, ich mache das da auch noch zu. Und dann kommt hier dann Clothstone rein. Ja. So soll es sein. Spannung pur bei Minecraft. Äh, hä. Nicht wirklich, aber egal. Ja, manchmal gibt es so langweilige Gemmel-Momente, wo man einfach nur so bauen muss und bauen muss und bauen. Und bauen muss. Und ja, so ist Minecraft. Wenn man da gucken will, sollte man sich damit abfüllen. Äh, hä. Ah ja, doch so, ne? Nuh? Gut. Das ist gut. Ey. Oh, scheiße, Axt. So, und hier sollte, glaube ich noch, ich muss mich noch kurz dran erinnern. Ah ja, hier sollte auch so ein... Okay. Machen wir das. Da sollte zwei dick werden. Weil ich fand, dass das scheiß aussah. Dass da so Holz ist. Okay, das ist jetzt schon leicht dumm. Leicht dumm ist das. Ich muss aber gleich von oben reparieren. Habe ich noch Holz jetzt? Ah ja, jetzt habe ich ja wieder Holz. So. Boah. Draußen brüllen irgendwelche Gummi-Kimmel rum. Aber der Stein verbraucht sich schon relativ schnell, muss man sagen. Der ist ja einfach so weg. Boah. Und der ist dann auch gleich noch wieder aufgebraucht. Und der ist dann auch gleich noch wieder aufgebraucht. Dafür habe ich ja noch genug. Diesmal habe ich wirklich ein bisschen viel. Aber das wird trotzdem nicht für alles reichen. So. Vielleicht kann ich dann auch die anderen Kisten da platzieren, die ich schon die ganze Zeit mit mir rum trage. Qualvoll so Kisten am rumschleppen. So. Jetzt hier die restliche Scheiße wegbauen. Du, eigentlich hat der Creeper mir geholfen, ne? Die ganze Kacke da. Ups. Das war schlecht. Komm zu mir, Kiste. Oh, nee, oder? Gib mir das. Dings hier. Bums hier. So, diesmal richtig. Ich hasse die Ecke da. Ich sollte einfach mal die Steine und die Spitzhacke nebeneinander platzieren, damit ich nicht immer so blöd hinherrennen muss. Äh, Axt. Boah. Ich will eine Diamanten-Axt. Ich könnte mir jetzt eine Diamanten-Axt bauen, aber ich glaube, ich mache erstmal ne. 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 Schaufel. Eine Diamanten-Schaufel. Gib mir die Steine. Äh. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es jetzt daraus findet. Ob das so gut ist. Ob das voll hässlich und verkemmelt ist. Wird natürlich noch größer, keine Sorge. Achso, genau. Hier die ganze Decke wollte ich noch zubauen. Aber bis da. Bis da. Ja doch, dann ist das eben mit hier dem. Ja okay, denn so tief ist er jetzt auch nicht. Das ist so ein kleines bisschen Platzverschwendung, aber... Ich hab es ja. Eingestellt. Hier muss auch definitiv noch Closedawn rein. Mach ich gerade auch schon wieder voll die Verschwendung, weil ich die Hälfte wieder wegklopfe Closedawn. Boah, ist halt unbekloppt an der Decke zu bauen. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt einfach nur irgendwo draufstehen und würde runtergucken und würde da hin bauen. Boah, da kriegt man voll die Schwindelungsanfälle. Ah, schon leer. Oh, hier ist Holz. So, dann sieht das hier auch schon besser aus. Auch schon. Hier, da muss ich auch noch einen reißen. Uh, trauriger Hund. Ich weiß nicht mehr genau, wie man... Boah, iPhone explodiert. Ja, ich hab jetzt ein iPhone. Cool, ne? Welcher Hund ist traurig? Man muss auf den Schwanz achten, der ist traurig. Das ist vielleicht ein bisschen pervers an. Aber wie kann man die nochmal... Muss ich den Knochen geben? Sind die da wieder voll happy? Oder muss ich den Fleisch geben? Ne, irgendwie ist es jetzt nur bockig. Ey, bleib stehen. Hallo. Torben, bleib stehen. Du behinderter Hund. Okay, Torben ist böse. Ähm, ich würde sagen, ich verabschiede mich... Abschiede mich dann mit Minecraft. Und wir sehen uns dann im nächsten Episode, wenn ich hier die scheiße Fertig baue. Und alles Geiles. Und dem Hund sein Schwanz wieder steif in die Luft steht. Tschüss!